So war es eigentlich die 80cm weiblich. Das ist ein Kundenfisch. Der lässt den noch da, ich möchte es nicht sagen, als ich sei gekauft. Da wollte ich ein Video, das seht ihr jetzt. Das ist ein schöner Fisch. Kotti. Kann der noch etwas aufbauen. Ich muss mal gucken was wir das schaffen über den Winter. Wahrscheinlich aber nicht. Aber vom Maus her werden wir noch 2cm drauf bringen. Bis dem früher. Bis zum nächsten Mal.